Willkommen hier zur letzten Partie des dritten Bundesligaspieltags und zur letzten Partie hier mit FIFA 20. Bayern von Mucke gespielt, die haben Hertha zu Gast, die übernehme ich und an der Pfeife, richtig schön, zum Abschluss auch nochmal der Ansgar. Tolle Sache. Weil wir müssen es einfach sagen, danach wird FIFA 20 gelöscht. Ja, direkt nach dieser Aufnahme, direkt im Anschluss, wird das Spiel entfernt und für immer und ewig vernichtet. Boah! Ja, Stein! Ich brech die Datei durch. Ja. Eckballtor, jawoll! Und das war auch billiges. Also ich würde sagen, Scheiße. Wer war denn das? Nee, Alaba, oder? Ja, Alaba. Ja, Alaba. Jo. Ob er bleibt? Das ist die große Frage. Das ist das größte Hickack, was es noch zu überwältigen gibt von den Spielern, die da sind. Sag dafür nachher mal rot. Ich habe doch schon elf rote Trikots. Zehn. Ich weiß ja nicht, was Neuer trägt. Aber wahrscheinlich wieder Türkis. Also das hier ist auch eine gelbe Karte wert. Mitziehen, 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 mitziehen. Gut. Aber jetzt bei der Ecke ein bisschen besser aufpassen. Oh, Alter. Ich hatte gerade Angst, dass ich Jaschan hinpackt, weil da unten ein Spieler lag. Das hatten wir auch schon häufiger. Ja, das war noch so ein FIFA-7, 18-Bug. Also wenn ich von all den FIFA-Teilen so nachdenke, die wir so hatten, ging mir 18 eigentlich so ziemlich am meisten auf Sack. Ich glaube, ich fand 19-Klasse. Ja, glaube ich. Ich mochte, da kommt kein FIFA ran bis jetzt, FIFA 17. Ja. Also für mich. Ungeschlagen natürlich mein letztes FIFA-Spiel, FIFA 98. Oh. Ah, Neuer. Neuer. Ui. Ja, ja, da wird besser. Ja. Oh, schade. Fass das Eigentor hier. Ah, den hätte man aber auch festhalten können, Neuer, ne? Kein Wunder, warum du keine 90 mehr hast und nur nur 88 oder so. Was ist denn so? Alter, der steht immer noch. Ja, das ist süß, aber was erwartest du? Oh, und dann so ein scheiß Pass, Galabri. Okay, also das habe ich anders im Kopf. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, elf Meter. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt geht er ran da. Schade. Schade, fast getroffen. Ja, guck, ich habe die von einer Karte bewahrt, wenn das nicht mal fair play ist. Ja. Ja, hast du wieder die Hacke dazwischen gehabt, ey. Hm. Ja, gut gemacht. Schön gesehen. Oh, Riesenchance. Auch nicht schlecht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, herrlich. Oh! Was denn? Was denn? Wie aus denn? Ich weiß nicht, was es hier für Probleme gibt. Ja, das wüsste aber alle noch nicht. Nö, 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 nö. Also ein bisschen darf man die Gegenspieler hier schon umnieten. Ja, aber nur ein bisschen. Ah! Pekrek macht aber auch einen guten Job da. Ja, aber wirklich. Hoch! Jetzt. Konter. Konter. Boah, ist der Schnee. Wird? Ja. Schön. Mann. Oh, ab da. Oh, komm, hör auf jetzt. Ja. Nein. Nein. Doch, doch. Das ist richtig. Ey, wofür krieg ich denn rot? Einfach viel zu brutal. Alter, ey. Oh, nochmal rot. Oh, noch eine rote. Ja. Aber ich glaube, gelb-rot gibt es hier nachträglich. Alter. Er ist faul. Direkt rot. Ey, und auch noch Thiago. Oh, Alter. Ist das bitter. Ja. Mist. So. Puh. Jetzt geht's los. Ja, nächste Route. Oh, Ansgar. Bisschen mehr Fairplay muss hier schon sein. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Schade. Oh, oh. Aufpassen. Knapp rießt er schnell. Ist der schnell, der Junge. Ja, stark gemacht. Müller sieht gelb. Gefällt mir. Kaum drin in der Partie. Oh. Lewandowski. Das war richtig gefährlich. Nein. Viel zu kurz. Der hätte richtig schön in die Schnittstelle kommen müssen. So, der steht nicht mehr auf. Bleib liegen. Also, ich bin doch definitiv für rot. Ja, Handspiel. Also, Elfmeter. Boah. Ist das hier brutal. Ja, was denn? Nochmal gegenkloppen, oder wie? Oh, Neuer. Bleibt hinten. Oh. So, jetzt eine richtig schön wuchtige Ecke. Schade. Boah. Also, hätte ich auch abgepfiffen. Ganz ehrlich. Richtig. Freistoß für mich. Genau. Ui. Gut, gut. Aufpassen. Aufpassen. Ja, ey. Da. Also, wirklich. Schon wieder. Oh, das war mal jetzt für die eigene Doofheit. Oh, rot. Nicht so rot. Nein. Oh, Gott sei Dank. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Mann. Also. Oh, ja. Was ist hier los? Wenn das kein Elfmeter ist. Ich weiß auch nicht mehr. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boah. Ja. 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 Oh. Nein. Alles sauber. Weiter geht's. Pieper. Ja. Was machst du? Neuer, hau ab! Geh die Welle her. Ey, der kommt sogar an. Ja, na klar. Danke. Okay. Komm schon. Ohohohohohohohoho Scheiße. Ohohoho. Ah, nein. Oh, Mann, ey! Ja? Oh, scheiße! Ja? Åh? Chittay. Nee, nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Oh, 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 oh. 11 Meter, hallo, niemals, aber hallo, aber hallo, ne, Lewandowski, ey, also, kannst du langsam auch noch eine Karte hier verdienen, komm, weg da, also ich bin jetzt auch mal dafür, dass man das auch mal pfeift, ne, ja, hier, ihr habt dich doch gar nicht getroffen, ne, heute aufzuweilen, mal nicht getroffen, weiter geht's, boah, anschießen, ja, aber das tut der hier da, hallo, ab da, oh, 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 nein, verdammt, das war's, oh, ach, ist schon Ende, ja, oh, das ging ein bisschen schnell, aber ein schöner Schlagabtausch, am Ende entscheidet hier tatsächlich ein Eckball, ja, ach, guck mal, ich hab doch nur zwei gelbe und eine rote, ja, ich hab auch zwei gelbe, ja, die finden nur die rote, das stimmt, also, ein unterhaltsamer Spieltag und ich muss sagen, recht spaßig, da schießen wir uns jetzt von FIFA 20 und sehen uns dann bei FIFA 21 wieder, jo, freut euch drauf, also, wir freuen uns auf jeden Fall, ne, jo, auf jeden Fall, ne, so, macht euch noch einen schönen Sonntagabend, bis dahin, tschüss, tschüss, rest in peace, FIFA 20, let it go, let it go, ähm, okay, Monetarisierung im Arsch, ja, so, tschüss, tschüss.